hallo ist martin von money monkey ist das die dachsanalyse für nun dienstag den 13.09.2022 um so ein bisschen ketschen ist hier am flieger unterwegs gewesen bisschen naja sieht schon fast gelangweilt aus die die ganze also viel war eigentlich gar nichts passiert ist einfach relativ straight durchgelaufen hat mit aufwärts geöffnet und das stehen lassen das ist immer so ein bisschen naja ich will nicht sagen eine fiese nummer aber eigentlich ist es nicht fies ja aber sowas dass das das bringt immer viele um kopf und kragen egal ob runter oder hoch gelb reißen in bewegungsrichtung nachdem es vorher vielleicht schon durchging und dann gibt offen lassen da dass das triggert immer so viele an weil die der sich dann nicht trauen lang zu handeln weil sie nicht mehr sehen wie viel potenzial ist da glauben eher dass der markt nach unten geht vielleicht da man gibt zu macht und zurückkommt und dann traut man sich oben nicht mehr lang weil man glaubt der ist schon weit gelaufen dann läuft aber immer weiter das ist wie runter zu wie hoch zu ist immer das gleiche also was ich glaube da man die ganze ganz schön die leute und das sind solche tage häufig die den die den leuten eigentlich richtig das genick brechen haben und wir haben also zumindest die die mit krassem hebel unterwegs sind und ja ordentlich auch ein putter an die hauen dann in der regel an ganzen tag dort rein sind im zweifel freitag schon den ganzen tag dort gewesen und vermöbeln sich dann gerne mal ein paar paar gewinne der letzten wochen wohnen hatte und so weiter wir hatten ja auch beim webinar ich glaube vor zwei wochen hatten wir uns das ein bisschen angeguckt hier nachdem nach dem komischen freitag hier da hatten wir uns auch hingesetzt und hatten gesagt okay mit zwei optionen das ist einmal zu gucken okay fallen wir unter die 600 oder geben über 13 50 dann haben auch gesagt dazu unter 600 wenn wir da stundenschluss oder tagesluss am besten kriegen unter 600 dann dann muss alles was long ist weg weil kann bis 11 400 fallen aber wenn er sich hält und die 13 50 wieder einnimmt und überbietet dann muss alles short raus weil dann geht es hier bis 3 50 und höher und in dem zielbereich das ist man schon so ganz schon fast da und das war vorstand zwei wochen nach hier an dem tag immer gesagt das ist uns wichtig und das ist halt auch immer wieder wichtig dass man reagiert einfach weil man sowas sieht wir haben auch gestern im video gesagt die trendbruch ist da wir haben höheres hoch und aufwärtstrend und im trendbruch kurzfristig erstmal aufwärtschancen insbesondere wenn er auch den start hält wenn er nach den c3 öffnung weiter nach oben drückt auch wenn man sich das jetzt noch mal vor augen hält da war hier glaube ich bei 240 oder so hat dann neue tages hoch weitere tages hoch gemacht und noch gut durchgearbeitet sowas muss man einfach wahrnehmen halten dann muss man sich immer mal wieder über den tag dann wirklich auch bewusst machen was wollte man sehen was hat man abgefordert auch die eröffnung 291 genau so haben wir es gestern gesagt vielleicht kommt der 290 1 1 90 200 dran wird wichtig aber der gap close und genau so gewesen ja so ja was vielen aber schwerfällt ist dass sie ihre verluste eben nicht trennen sie lösen ihre verluste nicht auf und dann sitzen sie die ganze zeit und zum beispiel noch in einem short drin weil sie der meinung waren hier der markt läuft fällt tiefer zum beispiel dann wollten vielleicht sind vielleicht hier super super irgendwo drinnen gewesen aber vielleicht ja vielleicht eher sogar so das machen die meisten handeln aufwärts short freuen sich dann wenn es fällt sind dann auch laut und jubeln dann in foren und posten dann ihre tollen trades und haben unten den exit dann aber nicht bekommen und dann läuft der markt gegen sie und dann reagieren dann sind sie so und nehmen sie wollen unbedingt noch mal das was in der spitze in dem trade hatten oder besser haben weil sie 25 reagieren dann einfach nicht ziehen kein stop loss nach sichern die position nicht ab und im zweifel läuft einem das ganze wieder zurück ins kreuz wie so ein kalter nasser eimer mit regenwasser der einen dann schön hinten in den nacken reingekippt wird von hinten wer hat man eigentlich auf den warmen pool guckt so ungefähr ist das dann und das ist das ist großer fehler von vielen und auch glaube ich handlungsbedarf für ganz 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 viele dass man einfach dieses reagieren dieses wahrnehmen nicht von nachrichten wahrnehmen von marktbewegung macht dass man schaut okay man löst der markt wo wir entsprechende bewegung um wann soll ich mich vielleicht zurück nach auch hier so eine bewegung runter zu ganz schön auch noch dran erinnern da hat man auch gesagt okay jetzt hier an dem tag hier oben wenn er unter 900 fällt dann ist für mich kein long mehr wenn er dann da drunter fällt dann nicht mehr long und und trotzdem haben uns hier unten noch welche geschrieben ich bin hier seit 13 800 long was soll ich machen und das ist scheiße das bringt euch nix bringt euch auch keine vorteile ich gebe da heute nur mal ein paar mehr worte drauf einfach weil so eine tage ganz typische kreuzbrecher sind also das sind tage wo die meisten verdienen eigentlich ist es total einfach gewesen früh genauso wie wir gestern gesagt haben ersten zwei stunden einfach abwarten gucken machten neue tage dann kann man dann noch handeln bis 350 und mehr und ja so ist es geworden gut okay also fakt ist wir haben weitere aufwärtsmomentum drin sind auch langsam durchaus reif für ein bisschen rücklauf mal dienstag turn around tuesday funktioniert natürlich muss man schon so sagen von oben nach unten eher nicht so gut und zuverlässig funktioniert besser wenn er montag gefallen ist und dann dann in turn around in den anstieg rein macht in die erholung rein das funktioniert viel viel besser als so also auf so eine turn around tuesdays habe ich auch schon früher lange warten dürfen die dann nie gekommen sind dann hat er am nachmittag immer mal so kurz runde gesetzt wo ich jetzt kippt endlich um jetzt macht ein turn around und am abend war dann trotzdem wieder neues tages hoch drin das sind so diese turn around tuesdays in einer steigenden bewegung die ich eigentlich ja die haben wir die haben wir oft ein richtiges genick gebrochen wenn ich montag gegen den trend früher gehandelt habe dann habe ich mir eigentlich immer am dienstag das konnte zu hauen ja das war ganz 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 oft so der hat dann über über mittag vormittag amerikaner ging es doch mal so meine richtung wo ich dann dachte jetzt kommt der geil 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 da war ich so richtig so so halb erforderlich und glücklich wenn sich der markt noch mal meine richtung dreht und dann ja drehte das wieder um ging weiter hoch und er hat mich irgendwo oben raus gehauen ja das war so ist also dass das ist die erinnerung die ich an turn around tuesdays in steigende bewegung habe und kurzfristig möchte ich schon behaupten haben wir noch steigende bewegung wir hätten jetzt hier oben noch gebs 5 30 und 6 700 hier knapp anzubieten als wir sehen hier ein offenes gibt wir sehen hier ein offenes gibt das sind auf jeden fall noch anlaufpunkte die direkt erreicht werden können wir sehen auch die große abwärts trendlinie im bereich um 6 50 das heißt dienstag hätte allemal noch platz sollte sich bei 5 30 hier natürlich jetzt erstmal eindrehen deutlicher eindrehen und der wirklichen turn über uns spielen was nicht ganz so üblich ist aber möglich würde ich an wenn ich eine position drin hätte einfach in dem bereich hier ich glaube schon mit dem nächsten hoch was kommt vielleicht einfach ein bisschen absichern gucken surplus ranziehen reagieren reagieren halt das was wir gerade gesagt haben einfach ein bisschen gucken dass mir der markt dann nicht doch weg kippt hier in dem bereich weil das wird jetzt hier noch mal das wird noch ein bisschen haarig in dem bereich ja also wir haben im bereich um 5 30 4 80 hier das geht dann dort schon los eine interessante zone um noch mal runter zu drehen wir haben dann hier oben auch die 700 650 das ist noch mal ziemlich interessant auch um runter zu drehen das sind zwei super bereiche aus den rückläufe einsetzen können und wenn von hier rückläufe einsetzen hätten die natürlich grundsätzlich auch trotzdem doch das zeug 8 75 zu erreichen das darf man nicht vergessen weil übergeordnet auf tages sich noch immer dieser abwärtstrend aktiv ist das haben wir auch gestern schon mal betont dass es kurzfristig erstmal aussieht wie aufwärts aber übergeordnet natürlich noch der alte abwärtstrend drohend das heißt es kann durchaus sein dass ich unsere wachs in dem bereich auch wieder vollkommen das genick bricht und wieder runter geht auf diese aufwärtstrend linie die dann bricht nach unten und neue tiefs macht also das ist stand hier noch möglich und wäre dann einfach nur ganz normal abwärtstrend und dann wäre das einfach nur eine erholungsbewegung im abwärtstrend gewesen eine kleine zwischenrallye die hier wohl ist es solange die zwischenrallye uns aber noch nicht nach unten abdreht würde ich da sagen im zweifel erstmal noch weiter aufwärts und zwar bis 5 30 und bis 700 650 da oben im zweifel und wenn da wenn er da durchgeht dann wie der pfeil zeigt sind auch mehr punkte möglich höhere punkte kennzahl im dax also er kann höher steigen würde ich sagen na von daher aufpassen drehen wir ein hätten wir als rücklauf punkte wahrscheinlich dann erst mal so in dem bereich um ich sag mal 2 70 bis 3 50 das wäre noch mal so eine genetik marke wenn er wirklich sehr stark bullisch unterwegs ist und wirklich starkes käufer interesse jetzt in der aktuell laufenden verfalls woche vorliegt durfte er sich bei 3 50 2 70 wieder aufdrehen nach oben steigt durch läuft er diese zone aber dann geht es hier runter in den gap close bei 1 22 geht es zu 13 50 und wenn er uns dort durchrutscht macht er das gap hier unten bei 13 8 75 zu das dauert natürlich dann ein paar tage das ist nicht alles am dienstag gemacht aber ich würde deswegen einfach zusehen dass ich sage okay vielleicht mal hier ein bisschen was realisieren und dann auf gucken einfach dass man sich ein bisschen bisschen was ran holt na also auch stops nachzieht und so weiter und so fort dem rückläufe für nachkäufe könnte man dann eben eine 350 2 70 angucken dreht er dort wieder hoch dann ist alles fein und schafft er auch höheres und ja brichter so ein bereich auch so 2 70 nach unten dann würde ich schon sagen ein bisschen aufpassen weil dann sind schnell auch 13 1 hier was war das 13 1 30 schnell auch 13 50 schnell auch 12 8 75 wieder drin das kann dann ziemlich flott gehen ja und da würde ich dann einfach aufpassen und wie gesagt also für die in sache ich könnte mir das ganz gut vorstellen hier 5 30 4 80 dass man da noch reinlaufen bisschen austesten passt auf euer risikomanagement auf macht alles was wir sagen also sind ja grundsätzlich keine handlungsempfehlung ja ich kann nur mal aus meiner perspektive sprechen wie er bis früher verkehrt gemacht wie macht man es jetzt besser wie macht man es jetzt richtig nehmen für euch was für euch richtig ist wichtig ist oder wo ihr sagt ok probiere ich mache ich aber versucht nicht instinktiv zu handeln das funktioniert einfach nicht da verliert man nur wenn man einfach nur denkt was man jetzt logisch machen sollte auf nachrichten oder wie auch immer man wird vom markt gf punkt sternchen 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 darf ich nicht sagen das sind viele leute dass unsere analysen nicht so seriös sind weil wir worte verwenden die nicht ganz so gebräuchig sind im sprachgebrauch von technischen analysen aber manchmal muss man einfach bestimmte worte benutzen damit das für die leute deutlicher ist und wenn ich sage der markt f sternchen euch dann meine ich das auch so der kennt auch keine gnade oder hoffnung da kann man sich auch hinsetzen die hände zusammenschlagen und an gott beten das bringt nichts der markt macht einen nackig wenn man sich hier das portmoney aufmacht und und sagt bitte nimmt hier nur ein bisschen raus und gibt mir mehr da rein zurück vergesst es wirklich also muss ich schon muss ich schon wirklich mühe geben dass man den markt auch was abschneidet man muss ihn dominieren ja und das kann ich nur wenn ich mich in distanz fahre punktuell agiere und sehr selektiv arbeite dann kann ich ihn dominieren dann kann ich mir sehr genau aussuchen wann ich was im markt mache und wie ich was im markt mache und das geht aber wirklich nur wenn ich ihn dominiere und die meisten lassen sich einfach dominieren die lassen sich auslutschen von oben bis unten das ist scheiße dann kommt an so einen tagen halt die quittung für sowas ja also in dem sinne kopf hoch man kriegt es hin aber man muss ich da aktiv daran arbeiten und man muss sich da auch wirklich mal zusammenreißen ohne das geht es nicht dann ist es halt nicht mehr just for fun börse und trading und hier aus der hüfte hinten raus irgendwo auf der couch im sofa nebenher oder am besten noch aus dem beim autofahren ja dann ist es halt wirklich ab einem gewissen punkt halt einfach nur business und da muss es sind ja also gut heute wie gesagt ein paar mehr worte ich fasse mich dafür morgen wieder kürzer ist das klassiker tag ich habe heute keine mails drin gehabt von von opfer aber ich glaube da haben sich bloß viele nicht getraut zu schreiben aber es ja eigentlich klar war und sie trotzdem das nicht gemacht haben aber sowas nach so ein tag nachdem was vorher war garantiert eigentlich mindestens dass wir hier von zuschauern 10 bis 20 leute haben die da richtig was vor schissen haben ja garantiert garantiert ist immer so ist immer so sonst wird er auch nicht so schnell steigen steigt nicht so schnell wenn die leute alle lang drin das macht er nicht das macht er nur wenn er die leute so hingekriegt hat dass kaum einer lang richtig drin ist weil sich alle nicht lang trauen mehr oder nicht mehr weiter lang trauen die sind vielleicht irgendwo am freitag lang drin gewesen haben dann kein einstieg gefunden am montag oder nur ein paar zehn punkte haben sich auf einen stand ausschauen lassen und die anderen die sitzen alle short drin haben am besten noch mal geld nachgeworfen noch mehr eingezahlt noch mehr shorts gemacht noch mal aggressiver angegangen und kassieren da jetzt die quittung und die laufen halt wirklich gefahren dienstag jetzt richtig gekickt zu werden ja von daher passt gut auf reagiert arbeitet aktiv lieber irgendwo mal rausgehen später wieder rein wenn sich bestätigt dass der markt macht was ich will als dass ich mich auslutschen lassen ja f sternchen 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 muss nicht sein vom markt gut okay ich hoffe es hilft vielleicht jemandem was dass die zeit nicht ganz so unnütz war die ich hier ins mikro geblabbert habe und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss